Opel Metschke – freundlich, fair, familiär. Jetzt zweimal in Dresden. Im Familienunternehmen Opel Metschke finden Sie fachkundige Beratung und professionellen Service. Leistung, die rundum stimmt. Überzeugen Sie sich selbst. Hallo, herzlich willkommen im Autohaus Metschke auf der Kesselsdorfer Straße 248 in Dresden. Machen Sie jetzt den Urlaubscheck. Noch bis 31. August prüfen wir alle sicherheitsrelevanten Bauteile an Ihrem Opel und das für nur 26,95 Euro. Bei großen oder auch kleineren Betämen mit Ihrem Opel können Sie jederzeit verarbeiten. Wir helfen Ihnen gerne. Damit Sie auch in der warnen Jahreszeit nicht ins Schwitzen kommen, bietet Opel Metschke den Klimaanlagenservice. Jetzt für nur 24,95 Euro. Dazu führen wir AU, TÜP, Inspektion und Reparatur, Unfallinstandsetzung und Reifenservice durch. Bei Opel Metschke stehen Sie und Ihre Wünsche im Vordergrund. Denn die richtige Beratung zum Modell, Ausstattung oder Finanzierung ist das A und O beim Autokauf. Hallo, mein Name ist Harald Schilde. Ich würde mich freuen, Sie in unserem Haus begrüßen zu können, um gemeinsam ein Auto für Sie, Ihre Wahl zusammenzustellen. Die Auswahl ist groß. Auf mehr als 700 Quadratmetern gibt es hier immer die neuesten Opel-Modelle. Und hier stehen wir an unserem ganz neu überarbeiteten Antara. Er hat also eine komplett neue Motoren-Generation unter der Haube, neue Achsen, neue Getriebe. Es ist erstmalig auch ein 6-Grad-Modik-Getriebe zur Verfügung. Ich möchte Sie recht herzlich auf die Kesselsdorfer Straße in unserer Filiale einladen, auch mit diesem Auto eine Probefahrt zu machen. Neugierig geworden? Dann schauen Sie vorbei. Opel, natürlich von Metschke. Jetzt neu auf der Kesselsdorfer Straße 248 in Dresden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020